Hallo, da sind wir wieder. Heute sagte mir das Kamerateam, du schaust aber ein bisschen müde aus. In der Tat, ich könnte heute ein kleines bisschen Energie gebrauchen. Wie gut, dass wir heute über den Cordycepsinensis sprechen. Denn dieser Pilz wird auch tibetischer Raupenpilz genannt und es ist einer unserer 14 Vitalpilze und er ist ein ganz besonderer Kundenliebling. Raupenpilz deshalb, weil die Wildsammlung aus Tibet wirklich wie eine Raupe aussieht. Er ist einer der teuersten Pilze der Welt und wenn man seinen Preis ansieht, dann ist er sogar teurer als Gold. Donnerwetter. Wie und wo er wächst, das verraten die Chinesen natürlich nicht. Das ist genau das gleiche wie bei uns in Bayern. Wir verraten auch nicht unsere besten Schwammerlplätze. Dennoch habe ich in China gesehen, wie dieser Pilz kultiviert wird. In Asien wird er mehr als nur geschätzt und er findet dort wahrlich große Beachtung. Und nicht vergessen, den gesamten Monat erhaltet ihr auf alle Cordyceps-Produkte 5% Rabatt im Havlik Online Shop. Was es mehr zu erfahren gibt, das im nächsten Video.